Also Toni abschließt uns jetzt mal, was wir heute gefeiert haben. Also ich bin geil auch heute, ne? Wir haben vor uns ne übelst geile Party drüben gefeiert, ne? Ich bin geil auch alleine, ne? Und hier drüben in Gungalow, ne? Hammer geil, Alter. Wir waren so zweit, ne? Haben Wodka Energy, Wodka Cola und dann noch irgendein Scheiß gehabt, ne? Übelst du ein geiles Mixzeug, Alter, ne? Wenn man das lautet, trotzdem schon noch so nahe. Ja, fuck drauf. Alles fritzend. Na, da haben wir doch gefeiert. Oh, Y. Was haben Sie denn gefeiert? Ja, heute, ein Geburtstag von Hitler nachgefeiert. Da hat er ja ein 20er April Geburtstag, ne? Und da haben wir halt nachgefeiert. Nämlich immer die Händen, haben wir verpasst haben, Geburtstag. Na, und da machen wir alles so, ja, ne? Ja, das ist schon. So scheiße. Ne, ist nicht scheiße. Lauf mal nicht rum, aber du bist genauso. So, da haben wir so richtig geil nachgefeiert, ne? Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Diejenigen, die richtig gut drauf sind, ne? Die dürfen sowas ja auch nie vergessen. Ja, was? Die müssen sowas nachfeiern. Wer denn? Ja, alle, alle, die recht sind. Die müssen das nachfeiern. Die müssen das nachfeiern. Die dürfen sowas nicht vergessen. Was haben wir doch nicht vergessen? Wer bist du da? Die Menschen, die sowas vergessen haben, sind keine Freunde. Sie sind keine... Freunde, was sind für Freunde? Die sind, die sind, die sind, ne? Wie soll ich sagen? Die standen nie... Was ist das noch so? Ach, sind die drüber? Die standen, die standen nie fürs Volk. Na, vielleicht saßen sie ja. Die standen nie, die haben das ganze Volk verraten. Belogen. Aber wenn sie fürs Volk saßen? Wenn sie für Volk saßen, dann standen sie für Hitler. Hitler? Ne, die saßen ja. Ne, die hinten, die eben saßen. Die waren nicht für Hitler. Was haben die gemacht? Die saßen dummer, haben Hitler belogen. Die haben Hitler belogen. Nur, weißt du, die... Nur, weil die da gesessen haben? Ja, die haben Hitler belogen. Die haben nicht für das deutsche Volk gekämpft. Die hätten für das deutsche Volk da stehen müssen. Die hätten... Aber wenn sie da sitzen, das? Ja, da haben sie nicht für das deutsche Volk gekämpft. Die haben nichts getan. Die haben nur gesessen dafür. Die haben Steiner, die haben Steiner nicht, die haben Steiner nicht losgelassen. Was haben die nicht losgelassen? Die haben Steiner, Steiner, die haben nicht gekämpft. Die haben Hitler belogen, indem sie Steiner nicht losgelassen haben. Steiner, wie? Steiner, Steiner, das war ne, das war ne Gruppe, die haben... Ja, aber wieso haben sie die nicht losgelassen? Ja, weil sie Hitler belogen haben, weil sie gesagt haben, das machen sie nicht. Ach so... Ach, jetzt will ich was zum Ehrens. Die haben es nicht gemacht. Kannst du den Augenbrief so drunter nehmen? Hast du noch was zu sagen? Ich find scheiße, Halle. Sagen wir mal, früher, ne? Früher. Sagen wir mal, wir hätten früher gelebt, wo der Hitler gelebt hat, ne? Wir hätten alle zum Hitler gestanden. Alle. Das auch steht schon. Wir hätten alle zum Hitler gestanden. Wo guckst du eigentlich die ganze Zeit hin? Weiß ich nicht. Was gibt's denn da, um zu sehen? Nichts. Das ist gar nicht, das ist nur ne Lampe. Ich hab mir grad vorgestellt, dort steht jemand. Bist du fertig in deinem Leben, oder was? Ich bin mehr als fertig. Willst du was noch morgen früh machen? Nee. Ich will klein morgen früh ne Wodkaflasche und saufen früh. Wir wollen morgen nach Warnedig. Naja, Warnedig, wir wollen weiter saufen. Na klar. Machst du nicht? Wir haben doch noch da, wir brauchen doch keine Höhne. Was haben wir noch da? Wodka. Was noch? Energy noch ein bisschen. Wie viel? Wie viel? Energy ist noch genug da. Wodka-Energy. Ja, Wodka-Energy haben wir noch ein bisschen. Wie viel? Ungefähr? Eine Flasche Fleisch noch und dann... Liter? Ja, ungefähr. Echt nicht. Warte, und dann noch einen halben Liter Wodka noch. Echt nicht. Und Norwell Energy. Echt nicht. Das sind ungefähr zwei Liter Wodka eh. Echt nicht. Das reicht schon morgen erst mal abends. Jetzt sind mehrere. Hallo, abends können wir dann Wodka-Weiches holen. Na, Ometter. Na, mit dem Wodka-Weiches. Können wir neu einkaufen gehen. Ja. Soll ich mal sagen? Ne. Du stehst doch oft dazu, oder? Zu was denn? Zu Hütter? Zu dir steh ich. Ach, danke. Heil Toni. Na ja, grüß. Vater? Hä? Du bleibst ja immer Freunde, oder? Na, mal gucken. Furfe. Du bist ja mal ehrlich jetzt, oder? Ja, ja, ja. Nur. Ehrlich? Ne. Warum nicht? Na, mal gucken. Warum soll ich sagen, mal ehrlich jetzt? Hast du dich schon mal im Spiegel angeguckt? Pst, na, schweiß ich das. Weiß ich. Wie sag mal, warum nicht? Hast du dich schon mal im Spiegel angeguckt? Warum soll ich im Spiegel angegucken? Du weißt, warum ich mit deinem Freund sein will. Warum? Dass du scheiße aufziehst. Na gut, ich meine. Ich hab dir vor allem verkrüppelte Nase, Alter. Alter, halt die Fresse! Das gibt's keine Zähne. Und das? Kannst du mal meine Hand loslassen? Nee. Die fühlt sich gerade zu geil an. Deine Mutter fühlt sich geil an. Ich weiß. Ich weiß nur um. Was ist mit dieser? Weiß ich auch. Ach, hast du mir schon ausprobiert? Ja. Echt? Ja. Was habt ihr denn zusammen schon alles gemacht? Fick. Erzähl mal, bitte mehr. Hey, die Fresse. Ja, wirklich, Alter. Nee, erzähl das mal. Ich bin doch nicht, was hat das gemacht. Ja, wo? Nichts mal hier, also. Doch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo. Hä? In Form 3 hat er weg. Okay, machst du gerne. Und da habe ich noch eine Flasche. Wollt gerne. Kling. Kannst du dich mal da hinsetzen? Na, na, warte doch mal an. Oh, was ist das denn, du von mir? Bier. Bier. Wir haben doch Bier da. Aber oben drückt man gerne auch. Mach mal deinen Mund auf. Mach mal ruhig auf und steck mal die Zunge raus. Ruhig, mach mal ruhig weit raus. Aber das sieht so ewig eklisch aus. Ja, weil ich gebrochen habe. Was? Beim Garnach. In den Bude? Da hat es ein Eimer weggekotzt. Hau ab aus meinem Bett. Das war Spaß, du Frögel. Auf uns beim Garnach hat es... Auf uns beim Garnach hat es unser ewigst gemuchtet noch kürzt. Weiß, weil ich von uns fast gekotzt habe beim Garnach. Kann man üben, sie kürzt immer noch. Aber ich war schon nur ein bisschen dross. Na, dann kürzt ja einer. Nee, mach ich nicht. Und, ne? Ich rieck ihn los gerade. Du hast auch nichts zu tun, außer zu filmen, oder? Nee. Nee, krank. Ich erzählte... Ach so, du wolltest erzählen, wie du deine Mutter gefickt hast. Erlauber doch nicht. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal, die sind kein... Hast du von uns selber gesagt? Was? Die hast du wohl schon? Wie du. Ist die geil? Dann musst du doch wissen. Du hast doch mit der gemacht. Du hast doch mit der. Du wolltest mir nur Gute-Nacht-Küßig geben. Ey, die Karte vor uns sind, die hat mich nur kurz gefickt. Eiß dich zusammen, Alter. Eiß dich. Eiß dich, sprich zusammen, Alter. Was ist das? Was ist denn, fick ich dich, du Assi? Du Kack-Franze, kommst du an mich schnell an. Hattest du doch mal an, du Wurscht. Wurscht, Alter. Hattest du doch mal an. Du liegst da, wie so eine bekackte Wurscht, Alter, die gerade dich geschissen hat. Hör doch mal auf, Alter. Was mache ich denn? Na, mich boxen. Oh, du tue heul rum, Alter. Boxen, ja. Ich werde auch gegen meine Faust boxen. Na, na, eben, heul rum. Oh, ey, du hast echt 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 getrunken, Alter. Ich dachte, mal, willst du Party mitzumachen, Alter? Na, wir lieg im Bett und machen Party, genau. Na, na, wir können doch rausgehen, glaube ich. Nicht spät ist es eigentlich. Was ist denn, ich habe keine Ohren, du Clubby. Nein, ich filmen gerade. Dein Pech. Ich mache mal fünf Minuten raus, du, Hans. Ja, du bist ja ausgezogen, du Clubby. Womit, dann machst du halt nackt raus. Machst du eh, ne? Womit, du Clubby. Clubby. Womit, was machst du, ne? Na, morgen. Alter, wenn du nackt rausgehst, ne? Wirst du das morgen machen? Alter, wenn du nackt rausgehst, wirst du nur 10 Euro. Ich meine, Alter, ich mache so aus, wie ich jetzt gerade bin, Alter. Und was hast du denn du noch an? Wo ist er? Ach so. Guckst du es euch an, ja? Ich kann noch einen kleinen Tony sehen. Hans, muss. Nimm doch mal die Pfote weg. Lass mich schon mal kratzen, du Clubby. Ja, deine Mutter kratzt dich unten rum. Meine Mutter kratzt dich unten rum, Alter. Nee, dich. Deine Oma kratzt...